hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft von mir dem deephand ep und ich muss ganz kurz meine resource back wechseln im hintergrund hört ich von epic musik für die höhle leider läuft 146 ja ich bin epic musik ja ja und nochmals im hintergrund der schreden kann das ist der budocrafting ep der was kann der reden kann ach so der kann ich reden muss der sagt ja nie ich meine noch ein fleißverson weiß so ein split screen also ein split screen so ein lol game aber das hätte schon ein ps3 controller mehr würde ich mit dir zum beispiel fifa finde ich formel aufnehmen oder sowas halt wenn ihr wisst ja wie man aufnehmen kann denn man muss auch schon die einfach in place von der playstation den normalen standard habe da als diesen die sommer mit diesen drei anschließen rot weiß gelb muss man den dann einfach ich glaube schon ich werde das mal ausprobieren und dann vielleicht sogar formel 1 aber nur dass den elfer teil aber das ist ganz das ist so schlimm ganz ehrlich wo ist der unterschied ich weiß keiner so die neuer haben die im großen plug-ins und so weiter lassen ja oh ich seh schon wenn ich das da aufnehme ey Gang schalten kann ich einfach nicht in dem spiel deswegen mach ich eigentlich immer nur bremsen an bei Gang schalten und verkack ich so oft das ist schon nur vor vor war das ist schon nur wort drauf ab du 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 ja wir sind in der letzten folge mal stehen geblieben und dann muss ich halt wieder mal langsam raushüpfen ach komm Nein, mein Wasser ist weg. Ne, doch. Ich wollte schon sagen. Oh, was hat mir das Ding gerettet? Ey, da ist die Siedlermusik. Und die Siedler 2. Nein. Das ist die Ohne Scheiß. Das ist ein Rundfeld. Ich will keine Ohne Scheiß. Alter. Nein, mein Eis ist abran. Schwules Wasser. Lieb mal Wasser. Wieder hoch. Nee, da gefällt mir überhaupt nicht, Leute. Ich mach das mal kurz. Der kommt, der ist verrückt, ey. Ich komm, die müssen langweilig, weil ich sause. Scheiß. Kannst Stöcke. Nein, ich hab keine Erde mitgenommen. Fuck off. Äh, keine Erde für Stöcke. Demnächst soll ich mir noch Good Forest. Ey, das Spiel ist so lustig. Aber erst, wenn es fertig ist, glaube ich. Weil jetzt kaufen lohnt sich's irgendwie nicht. Weil, das ist so verpackt. Gut, privat werde ich's vielleicht zocken, weil sie üben. Du wolltest's aufnehmen, um da mal richtig abzulegen. Also, das muss ich ja jedes Mal neu anfangen. Und das ist auch einfach nicht. Kann man da überhaupt schon speichern? Speichert der die Spielstelle. Alex. Ja. Und Peaks Me, also bei dem Pera. Ja, ich nenne ihn mal Pera, ne. Der hat das nämlich auch gezeugt, weil der Peaks Me, kann ich schon mal mal angucken. Ähm, ja. Bei dem ging das mit Speichern überhaupt nicht. Der geht in Bad 10 und der speichert das einfach nicht. Aber der ist auch in der ersten Folge direkt gestorben, weil der einfach nur Null Ahnung. Also, der hat das Spiel wirklich mal random angefangen. So gesehen. Alter gesagt. Kann ich auch sagen. Ich kann ja auch sagen. Oh, Minecraft erstens mal zum Zocken, gell. Deswegen, ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Aber ich glaub, dass Beats hier einfach mal keine Labertaschen sind. Und dann einfach nur die Welt blühen. Also, jedenfalls hoffe ich das. Oh, wir haben schon wieder über das Steak Eisen gefahren, gell. Da ist ja so in der Musik, ey. Ich weiß, ich lass überall Kohlen liegen, aber scheiß doch. Na, wobei, ich bau Sack. Ich habe eine Effizienz für Sack, dann geht das schnell. Zack, 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 zack. Dann, 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 dann. Wer sagt, dass Lügen kurze Weine haben? Der, Alex. Hm. Und ich hab ihn langweilig. Langweilig. Ja, ich glaub, den Leute jetzt schlecht, kann man sagen. Oder, Alex? Nee. Hm, ein bisschen leise bist du irgendwie bei mir. Hast du davon zu mir vorgebrillt? Okay. Nee, ich stelle jetzt mal den Playlist, ist noch ein bisschen leiser. So, überhören wir jetzt mal den Alex. Geh, Alex? Ja. So, seht ihr noch? Da ist ein bisschen besser. Ja, ich glaub, die nächste Folge nehme ich jetzt in Ruhe auf. Ich schlage noch zwei Folgen hoch. Ich habe jetzt zwei Tage lang nichts gemacht. Also, lade ich mir heute massen hoch. Und dann, morgen vor der Schule. Morgen beginnt die Fußball-WM. Da spielt zwar nicht Deutschland, aber scheiß drauf. Ich tippe darauf, dass Deutschland eh nicht weit kommt. Zumal es der erste Gegner Spanien oder sowas ist, dann ist eh da Deutschland weg. Ne, Reus spielt dann nicht mit, aber Weinfäller. Und wenn Weinfäller als Nummer 1 vorwart wäre, dann würde Deutschland auf jeden Fall sogar gegen Spanien gewinnen. Da ist einfach nur Weltklasse-Left-Left-Left, der Weinfäller. Ja, der verdient ist, Torwart Nummer 1 zu sein, ey. Nicht Neuer. Die Frotze sag ich ja auch, ne. Der kriegt so nur wenig aufs Tor. Ja, und dann wird er zum besten Torwart der Welt, dann hat. Das ist so auch unfassbar, ey. Ja, aber Hauptsache mal nicht im Finale, ne. Was zählt? Natürlich nicht. Das ist für einen schlechten Spieler, der neu. Weil so Keepern, ne. Muss ich ehrlich sagen, kann man, kann ich nur kotzen, ja. Für meine Erfolg ist er cheated und ich hab den Ausgang. Moment, ich bau einfach mal die ganze Kohle hier ab. Hab ich ja gerade eben noch gesagt, so, ne. Bauen wir mal ein paar Bleckchen ab hier. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen Kohle. Hm. Sieht nicht so aus. Das ist auch gut. Dann können wir schnell da raus. Ja, was, äh, schreibt mal in die Kommentare, was ich für eure Meinung nach gebauen könnte. Weil es interessiert mich sehr und es steht schon wieder auf friedlich. Oh mein Gott, ey. Ich vergesse das andauernd umzustellen. So, komm. Zur Strafe muss ich die ganze Nacht wach bleiben und kämpfen. Und zwar auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Und ohne Rüstung. So. Und mit Tollschwert. Nein, das war's. Aber nur mit dem Eisenschwert und ohne Rüstung auch schwer. Wie, es ist keine Nacht. Nee, es ist keine Nacht. Scheiße. Es ist Dark. Meine Frau in der Dark. Dark, Dark. Dann scheiß Trauer. Nichts friedlich, hallo. Ah. Ah, das sind ja nur mit Teiglöpfe drin. Einen Moment mal Ofen. Aber was sind wir jetzt mitmachen? Heutzutage. Da haben wir ein paar Mal noch Holzbohle. Und das ist weg. Da war ein. Und da war ein. Und da war ein. Und das Teil ist einfach auch. Ich hätte es noch ein 16 Teilen können. Dann hätte es vielleicht sogar gelangt. Aber egal. Ähm. Gold, Erz. Machen wir mal da rein. Kabels. Boah. Alter. Pflastersteine. Ah, okay. Hier ist halt. Ja, gut. Wie gesagt. Hier ist nicht alles mit der Textur verändert worden. Aber. Der Großteil eben. Wie man sieht. Ist auch die Hacke nur hier verändert. Die Diamanthacke zum Beispiel. Ist nicht anders. Gut. Ich habe auch. Aber die Diamanthacke ist nicht verändert. Das ist natürlich auch nicht. Also die Feldhacke. Nein, 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 nein. Das müssen wir da hin machen. Nein. Kann man hier nicht eins noch mehr? Ich würde sagen. In der Mitte lasse ich dann einfach so einen frei. Wenn ich mal so einen Mangel bekomme. Ah ja. Lapislazuli haben wir vergessen. Das sind jetzt alle Erze, ne? Redstone. Kohle. Lapislazuli. Gold. Eisen. Diamant. Ey, weißt du. Ich kann einfach nie in Ruhe zocken. Das ist so behindert, Alex, ne? Ja. Du fühlst mit mir. Nicht. Natürlich nicht. Ja, das ist nachher. Also ich nicht. Ja, verrottetes Fleisch. Hätte man ruhig ne Textur bekommen können. Chroma Hills heißt ja dieses Textur-Paket. Mir gefällt das eigentlich. Schreibe in die Kommentare, weil ich noch so bauen soll. Weil sonst mach ich eigentlich nur noch unnützes Scheiße. Ja. Ich farm hier mal ab. Oh, Mensch, mal. Ich hole die verfickte Hacke da mal mit. Das nervt mich ein bisschen. Ich vergesse sie nämlich andauernd. Und dann, weil meine Felder da beunwirtschaftet, weiß ich nicht. Das macht schon einen niedrigeren Ertrag. Oh ja. Da ist er noch Flitzer da, ey. So, und dann wieder alles anplanzen. Jetzt ja, wie gesagt, in meiner letzten Folge, schaut euch alle Folgen mal an, ja? Also das heißt, von Folge 1 bis Folge, was weiß ich jetzt, was da ist, 25 oder sowas. Ja. Ich weiß, hätte ich jetzt nur Minecraft gemacht, hätte ich glaube schon über 100 Videos von Minecraft draußen. Das wäre auch langweilig. Schaut euch auch das Together an, für die, die jetzt auch Together geguckt haben. Nämlich Folge 5 oder so ein Scheißdreck. Ihr seid scheiße, Leute. Entweder ihr seid zu dumm, um richtig zu gucken, ja? Ich guck ja auch nicht Folge 100.000 an und alles vorher überspring ich, ja? Was ist das denn? Kann sein, dass es für euch langweilig ist, die ersten paar Folgen zu gucken. Ihr guckt euch lieber das Bogen der Folge 7 an oder sowas, ne? Kann ja sein. Ist mir aber uninteressant. Also ganz ehrlich, ich guck von Folge 1. Das macht ja alles keinen Sinn. Es kommt einmal ein schwules Küken. Sag mal, wieso glitschen eigentlich die Hühner raus? Ich weiß jetzt warum. Ich weiß es, ich weiß es. Und das tue ich jetzt reparieren. Mit dem Glasblock. Ich hoffe, ich habe sowas noch. Wie geht das sich Glas nicht mehr? Müsste ich eigentlich? Hey, doch, da. Also doch, im Glasblock. Boah, das da wird jetzt schwer, im richtigen Moment zu bauen, ey. Boah, haben wir es geschafft. Jetzt brauche ich Kabels, um meine Tiere wieder reinzuführen, ey. Dafür werde ich aber in den Gamma-Mode gehen. Ja, also um rauszufliegen gleich, weil sonst kommst du nicht weg, ohne zu sterben. Wofür habe ich dann noch passiert? Da, Geschenk. Ey. Da ruhen. Ich dachte, da ist jetzt kein Verlust mehr. Oh ja, du Chicken Wing. Öööö. Der Toten. Wo ist mein Braun-Chicken hin? Und wenn man darf ja bei der Hühnerfarm, darfst du unten keine Glasscheibe machen, sondern dann musst du ein Glas blocken. Gell? Sonst fallen die Tiere raus. Der schweigt lieber. Der ist jetzt so der Redetief. Gell, Alex? Der ist jetzt so der Redetief. So, ich bin mir mal raus. Oh, nur zwei Stakes, Weizen? Noll. 10 und mehr gerechnet. Aber egal. So, jetzt packen wir natürlich die Karte jetzt raus. Gut, dass ich da nicht reingesprungen bin. Ich bin ein bisschen langweilig. Farming Loot. Oh, schau mal noch die Eier. Wenn ich auch mal reinwerfen, ne? ja Fettacke wegräumen ich überlege gerade wirklich was ich noch so bauen könnte also tut mir leid ich mache ich zeige euch mal auch gerade hier wie man so ne Dame wird startet und ich werde mir wirklich nichts als sheeten das heißt es ist uncut das werdet ihr jetzt hier alle sehen ich kann mich auch ruhig die ganze Zeit bewegen das werde ich dann nicht professionell schneiden können jetzt schauen wir mal so die Fläche hier an da hätten wir unsere Britschen es sieht aber auch echt geil aus müssen wir gerade mal gucken das ist ins Fall nur so ein geiler Weg hier haben wir unsere Tierfarm ein bisschen groß aber das ist jetzt nicht schön das ist ja echt ein Cut hier ich lüge nicht hier wo da hätten wir uns einen kleinen Mineneingang hier unsere Blumenfarm unseren Strebergärtchen da und den kann man natürlich umbauen in so ne Ecke wie hier das hat dann das sich zubauen danach gleich mal mit der Erde oder sowas sondern das ganze Sand raus von den ganzen Sand was auch immer ähm ja Monster mal ich mach gerade das ist ja auch mal mit der Umgebung abholzen einfach nur um einen besseren Überblick zu haben hier würde ich am liebsten dann einfach alles mal gerade in der Umgebung abholzen glaube ich mache ich auch mal in dieser Folge so so und das heißt es ist ganz ganz viele Ecke machen mal gucken wir mal hier noch eine Jo Hammer Eisenechse drei Stück das wird aber nicht lang ähm ja Spitzhacken kann ich ablehnen ähm wenn ich sterbe natürlich gedillst aber scheiß drauf ähm Bogen und sowas haben Pfeile Gönnen die Mop büsten Kiste der Bogen aber auch bringen wir mal den nochmal noch den da rein oh wir haben noch zwei ganze Bogen Repair hab sogar nicht gelangt egal ähm da hätten wir noch Eisen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun so Reserveex müssen wir es mal machen das wird jetzt natürlich wieder ganz viel Holz geben das wird also mal eine Doppelfolge hier oder ich mach die Folge einfach länger ganz einfach hab ich überhaupt nen Timer gesetzt ja also die Folge wäre jetzt ist theoretisch gesehen zu Ende also farmen wir hier mal einen Baum ab ich nenne die Folge hier ähm raus aus der Mine vorbereiten zum Abholen ne Bauplanung also ich fahre mir erst mal die ganzen Bäume ab das wird natürlich dauern also mach mal so eine Special Holzfarbige Folge Yo, Ultra Holz das heißt nicht Ultra Girl das heißt Ultra Holz ab heute kein kreativer Einfall von mir, den Deepant IP, ne kann man auch nicht alle Tage wenn man ehrlich ist, gell aber ihr seid so dreck, Leute wohn nicht ähm ja ich hasse Monster ganz ehrlich gesagt ich spiele lieber friedlich ohne Monster ne also können wir in die Kommentare schreiben was ihr besser findet oder empfehlt mir mal einen Spielmodus natürlich wenn ihr jetzt alles schreibt ach kannst du ja in Friedrich spielen dann würde ich sogar in Friedrich stellen weil ich einfach keinen Bock hab jedes Mal mit Monstern zu kämpfen aber natürlich ich kann auch immer weiter in diesem Modus hier zocken so Standard gemäht die ersten also gerade eben haben wir eine Nacht im Cheatmodus über ähm standen aber das ist jetzt finde ich nicht so schlimm ich habe halt nur ein paar rausgeflogen und einmal gerade so angeguckt wie das hier überhaupt aussieht aus dem Grund und irgendwie hab ich das Gefühl das ist gar nicht das Fixionpaket für 1.7 deswegen ist ja nicht anders alles geändert aber egal ähm was ich noch finden will ist die Savanne und der Dschungel und das ganze Holz dann hier benutzen dann so ein geiles alter ja Leute das ist es mal für die Folge hier ne baut immer hier noch die Coe und dann fahre ich hier den Baum fertig und ähm ja was soll man dazu noch sagen wenn euch die Folge gefallen hat lasst ein Like Abo da wenn natürlich auch ein Kommentar hinterlasst mal sowas wäre sehr nett und was ich natürlich bauen soll noch nachdem ich hier alles abgebaut hab ähm Schreiber Texturen Empfehlungen rein wo das hier auch ganz geil aussehen würde ja zum Beispiel hier das Fenster finde ich auch mit dem Fenster das finde ich schön das ich kann zum Beispiel ne Kirche bauen ja ich kann hier in Village reinbauen dann so Villager I Cheaten so zwei Stück oder so damit die sich vermehren können ähm und schreiben in die Kommentare wie viel die eigentlich davon brauchen das wäre auch mal lustig zu wissen wer von euch eigentlich weiß wie viel man braucht an Türen weil ich glaub eine einzige lang nee so ein Schopfchen noch ja das machen wir alles in der nächsten Folge also gut dann würde ich sagen haut rein Leute tschüss dannよし Amanda an jetzt